Hallo, willkommen zu einer weiteren neuen Part von Science Row Get Out of Hell, Part 7. Ich mag die Zahl 7, ist mein Lieblingsstart. Ich bin Uncle Parios und mit mir der beste Science Row Partner, Sub2K. Hi. Hi, Boys. Hm, was warst du da in der Ecke? Ach, ich bin immu... Nein, scheiße. In der Tret-Animation war ich immun. Aber, so viel... Egal, ähm... Dann aktivieren wir jetzt mal die... Mission... Wohin geht's denn? Weil ich hab hier nichts auf meiner Map und so. Nicht? Nein. Ich hab hier direkt das Ding vor der Burg. Da ist bei mir nichts. Achso, da ist mein Stoff. Ich mach den ersten Kill. Ich hab dich gesehen, ich hab diesen scheiß Shit gesehen, da wollen wir sofort klar, da geht's gleich ab, ey. Ich hab den ersten Kill gemacht. Ich stand einfach nur rum und hab mein Schicksal absortiert. Die Studenten wurden wieder da. Du bist doch Student. Nein. Ich bin ein anderer Student. Ich bin, äh, besonders. Besonders dumm. Na, egal. Was bist du so dumm? Oh, geil, ich hab jetzt doppelt Pistole, aber die Pistole ist die Armbust. Äh, gibt's die blau Armbust? Na. Fuck, äh. Richtig spektakulär. Spektakulär. Warst du da näher? Nein. Nein, nein, nein. Genauso warst du auch nicht in der Nähe. Das war Zufall. Ja. Das glaub ich sicher nicht. Okay, der Impart gerade in ner dreifachen Rolle erstmal die gekillt. Witzig a la Bakwa-Mode. Oh nein! Du bist gerade vorbeigekommen, ich schwör. Das war nicht wegen dir. Ja, ja, ja. Wirklich, ich verspreche's. Da waren überall Autos und bitte. Du bist gerade vorbeigekommen. Dich. Kannst du dir auch mal anschauen. Ja, weil ich hab wenigstens Beweise hier, ja. Nein, 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 nein. Oh Mann. Oh, du bist zufällig in meinen Feuerhaut reinkam. Das löst du mir hinterher. Das löst du mir hinterher. Das löst du mir hinterher. Burn, Baby. Ach man, keine Munition mehr für dafür. Langweilig. Du kannst du nicht verhandeln. Du kannst du nicht verhandeln. Ja, überleben geschafft. Boah, le. 3 von 13. Das game ist echt spektakulär. Spektakulär. Es ist wirklich alles insoz. Triff dich mit Vlad. Dem Fickfehler. Wf... Vlad dem Failer... er FAILED! Wo ist der... Ich hab das alles nur ein klein... Wui! Das war ein Stunt. Juhu, ich hab neun Upgrades, okay. Ich sehe schon wie jetzt im Hintergrund, während ich im Menü bin, ich merke schon am... Was dann? ...am Controller, dass mit mir etwas geschieht. Es mag es hinterher upgraden, bis die was mit dem Leben wirken. Ich akzeptiere es einfach. Fertig nicht. Geht einfach, wird alles gut. Ich muss mal schön Breakdance move aim. ... 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